Stadträtin Sandra Fraunberger und Bürgermeister Häupl machen Werbung für die Teilnahme an der Volksbefragung. Grundsätzlich schön, wenn man sich als Bürger an der Demokratie direkt beteiligen kann. Doch wie schaut's mit der Info aus? Wir möchten gerne, dass die Bevölkerung sich mit bestimmten Fragestellungen und mit Modellen auseinandersetzt und darauf überlegt, was möchte ich, was ist sozusagen für mich das richtige Modell. Das Wort Maut ohne Zusatzinfo klingt doch eher abschreckend, oder? Der Hinweis auf andere angeblich erfolgreiche Lösungen der Verkehrsproblematik macht doch die Frage zur Suggestivfrage. Jede SL3 kann man alles probieren, aber ich verwahre mich durch den Vorwort dessen, dass dies polemisch sei oder dass es suggestiv sei. Gar nicht. Bitte nicht reinhauen, sonst können wir sie nicht mehr. Ja eh. Bitte steckt sie drinnen.